In Spanien führt die Verhaftung von einem Rapper zu mehreren Demos und die eskalieren teilweise. Und in München gibt es die erste Corona-konforme Möglichkeit, wo man sich selber frisch gezapftes Bier holen kann. Damit Servus, Mahlzeit und Hallo zum Mittag am Aschermittwoch bei PUSH. Das ist euer kurzes Update von KRONE TV. Müllcontainer brennen, Straßen sind blockiert und Polizisten werden mit Steinen, Flaschen und Böllern attackiert. Unfassbare Szenen spielen sich gestern in Barcelona ab. Tausende Demonstrantinnen und Demonstranten sind in vielen Teilen Spaniens auf den Straßen. Der Grund? Ein Rapper, Pablo Azel, wird am Dienstag verhaftet, weil er auf Twitter gegen die Monarchie und die Polizei gewittert hat. Die Regierung von Spanien kündigt an, das Strafrecht reformieren zu wollen. Verbale Exzesse im Rahmen künstlerischer, kultureller oder intellektueller Aktionen sollen dann nicht mehr strafbar sein. Für den Rapper kommt diese Ankündigung aber zu spät. Zum ersten Mal seit fast einem ganzen Jahr wird er nicht mehr in den Top 3 der Welt sein. Dominic Thiem verliert ja am Sonntag im Achtelfinale in Melbourne bei den Australian Open. Der Russe Daniel Medvedev setzt sich dabei aber gestern schon im Viertelfinale durch und überholt damit den Niederösterreich im ATP-Ranking. Die nächsten Chancen auf Punkte hat Dominic Thiem bei den Turnieren jetzt in Doha, Dubai und in Miami. Und der Ätna ist wieder ausgebrochen. Ja, der Vulkan auf der süditalienischen Insel Sizilien spuckt Lava und Asche und zwar eine ganze Menge. Die Rauchsäule steigt über einen Kilometer weit auf, sodass ein Flughafen von einer Stadt in der Nähe zeitweise den Betrieb einstellen muss. Auf die Häuser, Straßen und Balkone der Stadt prasselt der Ascheregen nieder. Am Ätna kommt es immer wieder zu Ausbrüchen. Der Berg selbst ist über 3300 Meter hoch und gehört zum Weltnaturerbe der UNESCO. Frisch gezapftes Bier. Eine wertvolle Seltenheit in Zeiten von Corona und Lockdown. Eine Münchner Kleinbrauerei hat jetzt aber einen Corona-konformen Zapfhahn eröffnet, bei dem man sich sein Beer-to-go selbst zapfen kann. Alles natürlich unter Corona-Sicherheitsmaßnahmen. Also wir haben hier eben einen mobilen Tank. Der ist mit zwei weiteren Firmen entstanden und du hast hier ein frisches, frisches Tankbier, das du dir per App eben zapfen kannst. Was du dazu tun musst, ist nur die BROI-App runterzuladen, dir dann Guthaben aufladen per Paypal oder Kreditkarte und dann kannst du, wenn du den QR-Code scannst, direkt per App zapfen und auch kontaktlos bezahlen. Also das ist auch eben ganz Corona-konform. Fast alles funktioniert da kontaktlos, per QR-Code und per App. Nur den Hebel zum Zapfhahn, den muss man selber angreifen, aber den kann man auch wieder relativ leicht desinfizieren. Wir desinfizieren den Zapfhahn regelmäßig, die Kontaktflächen, wie beispielsweise auch am Automaten den Startknopf und deswegen wird das alles überprüft. Du hast aktuell wegen Corona eben nur Plastikbecher. Wir sind auch schon nach einer nachhaltigen Lösung auf der Suche, aber deswegen können die Kunden ihr eigenes Gefäß nur beim erstmaligen Zapfen verwenden. Und dann hat man schon sein selber frisch gezapftes Bier to go. War ja klar, dass so eine Erfindung von den Bayern kommt. Das war Pusch für jetzt mal. Wir sehen uns dann gleich wieder mit dem nächsten Update von KRONE TV. Also bis gleich. Wiedersehen. experienced. eriH Untertitelung des ZDF, 2020